los geht's freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren survival titel der auf steam erhältlich ist es sieht schon mal sehr romantisch aus lagerfeuer fluss oder see palmen sternhimmel ja und das ist eine early access und die ist ziemlich neu schauen wir uns mal die die dings an die einstellungen ok fullscreen englisch ok tipps ist ok kraft konform was immer das heißt ich habe keine ahnung sensibilität ok grafik 60 frames machen wir mal hoch hoch 60 frames gut soft dann haben wir hier dann haben wir hier meine eigenen einstellungen sound hoffen wir mal dass der ton so ok ist wenn nicht dann stellen wir ein bisschen höher gut was ist das jetzt kein plan starten wir ein neues game wie nennen wir das insel normal kreativ normal season spring frühling frühling klingt gut wenn man den sieht und starten wir mal also auf dem ersten blick sieht das schon mal ganz witzig aus auch mit denen mit den hilfe anzeigen und tipps schön bunt gut ladebildschirm ist jetzt etwas länger aber das muss ja jetzt nichts heißen ja jetzt ist er gleich fertig ja jetzt ist er gleich fertig wie das gespielt wird mit WASD und SHIFT und links und rechts und CURSOR kann ich jetzt waffen can be craft new item kann ich licht machen pick up drop von der hand ok also wenn ich da eine hand habe dann kann ich das aufheben wenn ich da Dings habe kann ich das essen und craften kann ich damit dann auch ja schauen wir mal was haben wir hier ein crafting system use a t zu twitch also muss ich t drücken und dann komme ich in das crafting menu das sieht komplex aus ah ja das ist die workbench die workbench multiple items naja hoffen wir mal dass es auf deutsch kommt naja hoffen wir mal dass es auf deutsch kommt äh ja wunderbar cool vielleicht kann man das ja nochmal nachlesen da sind wir wie sehen wir aus wie so ein kleiner russischer junge wenig haare was haben wir denn hier schönes t crafting crouch und x snap das ist x alles klar das ist die das ist die das ist die streikposition hat der lippenstift naja gut aufstehen es wird gearbeitet also nicht rum faulenzen hier was haben wir denn ah hier ist mein mauszeiger say shields da krieg ich die essen ok ok also mit links boxe ich mit rechts mache ich gar nichts gut hm kann ich die aufnehmen warte mal irgendwo war ne hand das kann ich aufheben zack 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 hm hm ok gut soviel zum thema dazu ich habe schon mal ein stock in der hand mhm kuh cool das sei alles wieder fallen ok ok schauen wir uns einmal ein bisschen um was haben wir denn hier schönes nichts weiter wieder muscheln steine steine small stone zack jetzt habe ich einen kleinen stein in der hand zack zack das ist wahrscheinlich ein spitzer stein da ist meine lebensanzeige das rote und da ist meine ausdauer anzeige was war das gucken wie lange der laufen kann der kumpel small stone small stone small stone mhm sieht echt toll aus keine schiffe oder wie ok es gibt keine schiffe ich renne hier mit meinen zwei steinen spazieren so einmal füße waschen jawoll was haben wir denn hier block kann zum häuserbau genutzt werden kann zum häuserbau genutzt werden kann zum häuserbau genutzt werden oh schmeiß ich also mal hin t t ok ok gut das war natürlich nichts nehme ich nochmal so einen auf und nochmal so einen und gucken wir mal weiter sieht nicht so aus als wenn es hier häuser geben würde tap ah tap vital signals hielt bis auf 100 meine attribute stamina schlafen wahrscheinlich kalorien geht runter muskeln 29,4 wasser fett 14 kilo und blut ich denke mal wenn ich mich verletze ach kopf was gibt es denn hier alles fikt celsius sonne oh gott wetter einstrahlung sehr interessant ich muss das erstmal hier erkunden stone stone block stone block building was kann ich dort machen was kann ich dort machen oh epic weg meine güte ist der stark der kumpel schlafen da ist natürlich was hm was ist denn das hier stein nehmen wir mal packen packen dahin dahin dann haben wir hier einen anderen stein probieren wir uns das mal aus hier vier sachen zack jetzt haben wir hier was was das ist ist jetzt übereinander verbunden der stein ich weiß es nicht irgendwie was war ja wir nehmen den stein schau mal schau mal ob wir irgendwas kaputt machen können was ist das? branch kann ich nehmen kann ich nehmen stein stein ah ne hinter die faust ah ok ok also mit rechts mit rechts mach ich dann also dings ok stick stick man muss ja irgendwie anfangen man muss ja irgendwie anfangen was zu bauen was zu bauen hm toll hm zock 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 und hier auf den steine zock und hier linke maus das sie festhalten und haben wir da irgendwas hm wahrscheinlich nicht ok ok wahrscheinlich nein nein ach zock toll pff 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 jetzt hab ich ihn kaputt gemacht warum muss ich den noch aufnehmen shit shit geht nicht doch craft modus kann ich mir den stein angucken mit mausrad kann ich gar nichts machen mit mausrad kann ich gar nichts machen ah sie geht an die hocke toll super gemacht super gemacht can be crafted für ein building oder als workbench benutzt werden die sind jetzt nicht aufgenommen das ist echt schmierig das ist der tür modus das ist das 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 ist das 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 ist das das ist ich kann irgendwie kann ich den zusammen Oh, was haben wir denn hier? Hammer! What? Hold A to interagieren. Hold A to interact. Ausrat select. Okay. Hmm. Erreicht habe ich jetzt noch gar nichts. Was mache ich denn hiermit? Oh, was kann ich denn da mitmachen? Knap! Und nun? Hmm. Es ist ja schwierig, es ist ja schwierig, es ist ja schwierig. Gott sei lang habe ich noch keinen Hunger. Oh. 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 Dann nimmt er das schon wieder auf. Mittelmaustaste. Holster. Ach guck an. Wo kann ich das? Ah ja. Jetzt ist er wieder neu. Nehmen wir den Stock. Also. So. Stock ist drauf. Dann haben wir hier. Scharfen Stein. Played. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Hm m m m m m m m. Ist das ein Spitzer Stein? Nehmen wir den mal. Kann ich damit irgendwas... Okay, was haben wir denn hier? Grüne Kokosnuss. Ach so. Okay, so funktioniert es also. Mhm, mit einem Stein. Super. Okay, meine Ausdauer schwindet. Was haben wir jetzt hier? Hm. Okay. Halt. Na, du sollst es aufnehmen. Aufessen. So. Oh, geil. Okay. Okay. Bam. Ähm. Palmleaf. Nehmen wir mal mit. Gut. Hat das jetzt aufgegessen? Oh. 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 Das ist gar nicht mehr so einfach. Oh. 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 Na gut. Oh. 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 geht nicht gut auch gut dann machen wir es noch ein bisschen kleiner stein weg small pieces geht auch nicht gut stein wieder in die hand probieren wir noch mehr weg ist es dann haben wir das hier auch ja ok geht auch nicht zack was haben wir jetzt wird noch ein schafenstein müssen das unbedingt vier seien so und 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 Das ist echt nicht einfach. Stein, so. Okay. Hmm. 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 Craft Mode. Halt, 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 halt. Spann dich mal, Kumpel. Hm. Blöd. Okay. 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 Also. Stock. Jawohl, jetzt geht die Temperatur noch runter. Wunderbar. Hm. Ich weiß gar nicht, muss man überhaupt immer... ... 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 Wann wird es hier so dunkel wäre? Ich kann damit nichts mehr anfangen. Hm, wer will schlafen? Ich habe keinen Plan, wie ich schlafe. Tja, Freunde. Ich denke mal, das soll der erste Eindruck bleiben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan. Ich finde es schon mal sehr interessant und man muss sich damit näher beschäftigen. Also wie gesagt, es ist auf Steam erhältlich für knapp 5 Euro. Dafür, dass es eine Early Access ist, sieht das schon ganz gut aus. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber herausfinden. Wenn ihr Vorschläge habt oder Tipps und Tricks, was ich vergessen habe oder was ich hätte besser machen können, dann schreibt mir einfach alle Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Schönen guten Abend, sagt euer Badboy. Tschau. Naja, das ist wirklich echt krass. Vielen Dank.